Was der Torriecher anbelangt, da ist da viel Platz, jo 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 jo, das war mit Ansage, wahnsinnig viel Platz da von den Frankfurterinnen gelassen und dann steht es 2-0, 64. Minute und ja, das geht nicht. Vor der Saison von der SGS Essen nach Wolfsburg gewechselt, sie hat schon 16 A-Länder-Spiele bestritten und herrliche Direktabnahme, Oberdorf macht den Deckel drauf und schnürt ebenfalls einen Doppelpack. 18 Jahre ist das Mädel jung und spielt schon wie eine ganz, ganz große. Da werden wir uns keine ganz große Mühe mehr geben, nach vorne zu agieren und da ist der Treffer. Ja, da ist es die Flagge aus dem Halbfeld und dann kann Lena Oberdorf den Kopfball setzen. Das ist ein richtig guter Kopfball da.